Guck mal, der Ball stalkt uns, ne? Was ist das eigentlich, genau, für einen Ball richtig? Das ist eine modifizierte Combine-Werfe. Hahaha! Willst du?! Hahaha! Der Ball ist so cool. Mit dem Ball kannst du töten, ne? Das macht ein One-Hit-Kill bei Combine-Soldaten normalerweise, solche Dinger. Okay. Du kannst ja mit Zombies trollen, ne? Ja, irgendwo von... Ich weiß... Oder von da jetzt Headcrabs raus? So. Ich geh da mal. Kommt da was? Da kommen Headcrabs. Ich hab aber keinen Bock, jetzt gegen die zu kämpfen. Müssen wir aber bestimmt, oder nicht? Also ehrlich gesagt, ich bin schon längst weg. Nein! Dieser Ball wird da reingehen! Nein! Ich geh nicht ohne Balli! Ich geh dann wieder, ne? Ja, ich bin da! Also ich bin hier draußen. Jetzt ist es dunkel geworden. Die Headcrabs ignoriert mich, weil... ...dammit! Dog, open the airlock! Get us out of here! Äh, Dog, du bist mir im... Aaaaah, du bist mir im Weg! Get it open! Komm, du schaffst das! Du schaffst! Also ich wollte ja mal sagen, ich steh hier übrigens... ...hier draußen immer noch, ne? Noch! Damit das dürfte nicht lange dauern, dass du, äh... Wow! Ja, wer taucht da magisch aus dem Boden hinter Steve auf? Ich nicht! So, versuch... Nein, komm mal zurück! Ich will was gucken! Ja, bitte? Wo bist du? Äh, ja, Moment! Sie wünschen? So! Jetzt versuch mal, in den Tunnel zu gehen! Wie in den Tunnel! Da hinten! Geht's? Genau, das wollte ich provozieren! Warum? Wieso bin ich denn? Hä?! Ja, das ist so ein komischer Bug, du verreckst! Und du sagst, wenn das Schuh lässt sich zurück, dann wirst du irgendwie zerquetscht oder so! Ich hab jetzt irgendwie ein ganzes Zeug eigentlich gesagt! Danke, tschüss! So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht! Aua, ich habe mich mit einem... Alter! Ich habe mich mit einem Schrank selbst... Alter! Was? Ich werde hier die ganze Zeit zurückgeschleudert! Ich komme nicht in den Tunnel rein! Ja, ich weiß, weil ich zu weit weg bin! Das gilt nur, wenn beide nah genug dran sind! Tja, dann kann ich nichts machen! Hi! Kommst du mal? Jetzt geht's auf einmal! Ja, jetzt bin ich auch nah genug dran! Meine Güte! Ich habe gerade mit Ninja-Skills eine Kiste nach dir geschossen! Grüß Gott, die Freunde! Ah! Ich vergaß! Du, wen vergaßt du denn? Nein! Nein, was ich vergaß war, dass die Leitern ein bisschen ganz komisch sind! Ein bisschen ganz komisch ist immer so eine geile Sache, ne? Ja! Ja! Das sind Raben! Und da hängt ein Unterkörper! Schau mal! Ich bin noch am Ladebildschirm, weißt du doch! Denn ich... Eigentlich könnte ich... Ich glaube, ich überleg mal das, ob ich bei jedem Ladebildschirm, der so lange dauert, einen kurzen Cut mache demnächst! Was meinst du? So machen! Guck mal, ich hab... Schau mal, da ist ein Unterkörper! Weißt du, was ich da jetzt Fachmensch mal sagen würde? Und? Momentchen! Unterk... Warte mal! Oh, da kommt ein Zombie! Moment mal! Friss! Verkehrsschild! Schau mal mit! Ich glaube, hier hinten gibt's ein Secret! Ein Secret? Was ist denn da für ein Secret, bitte? Also, ich würd mal sagen, ne? Kennst du schon die neuen fliegenden Unterhosen, siehst du? Hast du auch mit Mike so viel Spaß gemacht? Ja! Oh, da ist er besser geflogen, oder? Da ist es grad explodiert! Ui, was macht er denn schon? Nein, also wie gesagt, ich werde jetzt ab sofort bei jedem Ladebildschirm einen Cut machen, das heißt, also nicht, dass ihr euch wundert! Das ist ein Stahlunterkörper hier, ey! Der hat universale Stahlunterhosen! Hast du das Damage bei dir gemacht? Nö! Let's test! Oh! 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 War das okay? Ich zeig dir mal, wie man Zombies tötet! Weg mit dem unnützen Schrott hier, den braucht man gar nicht! Geh mal weg, ich zeig dir wie das geht! Oh! Farbdose! Schaffst du ihn? Vielleicht sind die Ketten-Singen doch kein so ohne zur Scheiß gewesen! Oh, da kommt noch wer! Farbdose! Warte mal, hast du gerade gerade einen Tisch zu werfen? Einen Tisch? Brennste? Freundle! Tut mir gar nicht leid! Du hast ihn angezündet, du Schwein! Du hast hier gerade Teebeutel, Moment! Oh, oh! Brennt! Brennt! Ihr seid doch Jugendliche! Also brennt! Ich hab keine Kettensägen mehr! Shit! Die Waffe ist... Wuiah! Minja-Skills! Minja-Skills! Aua! 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 Oh! Pfff! Hahahaha! Nicht mal treffen kann er dann! Oh! Alter, Ketten-Singen immer noch... Wo bist du, Heddy? Head-Trap, wo bist du? Da! Da! Oh! Da kommen noch mehr Zombies! Schön! Und ich habe, äh... Die eine Waffe, die ich hatte, die ist jetzt leer! Ich hab nur noch die... Ich geb mit der Kettensäge einen Headshot! Aber sie teilen sich natürlich am Unterkörper, Moment! Nein! So! Geht da! Genau! Oh! Ich hab noch 9 HP! 0-10! Willst du mal bitte aufhören, mich beim praktischen Suizid zu stürmen? Keine Ahnung, ich brauch mal wieder ein bisschen mehr Money! Hehehehe! Neun Leben! Ich hör was Englisch labern ohne Untertitel! Hm! Kannst du mal reinlegen dagegen, das gibt dir Leben! Das gibt mir niemals Leben! Aber das wollten... Aber es ist immer gut, dass wenn ich das mal eben... Beweise! Nur jetzt hab ich einen schönen, verschissenen, glaub ich, weiten Weg zu dir! Hm, ne? Hier fliegen übrigens grad Zombiekörper durch die Gegend, ne? Aber ist gut, jetzt hab ich... Hab ich wieder Money! Äh... Ah, okay. Oh. Ach, das war dein eigener Fail. Warte mal. Schieß mal mit einer Gravitron dagegen. Wogegen? Gegen... Geht das? Oh, ja. Es geht ja nicht. Eigentlich wollte ich dich jetzt, dass du dich damit selber umbringst, aber... Weißt du, wir wollen ja auch mal irgendwann fertig werden, nachher kriege ich dann beschwertete Kommentare. Ihr werdet ja gar nicht fertig, das geht ja mal so gar nicht. Ich würde mal sagen... Geht nicht, ich kann mich damit nicht verletzen. Da haben sich die Macher schon ein bisschen was gedacht. Ich müsste hier nicht mehr dabei sein, dass jetzt irgendwie die Party abgeht. Oh, ich hab' mich erschreckt. Er schreckt mich jedes fucking Mal dabei. Jedes Mal erschreckt ich mir so das Gesicht weg. Weil hier welche stehen, oder was? Ja, weil die S-Kommend übel nah dran wirst. Ich erstreck mich jedes Mal, auch wenn ich weiß, dass sie da sind. Ach, kennst du übrigens schon meinen Meinungsverstärker? Meinungsverstärker? Mein Meinungsverstärker. Du bist'n Drecksack. Na, guck mal her. Du mein Zeug einsammeln. Wow, ich hab' nur... Ich hab' das Teil nicht mehr, aber ja. Ich hab' alles hier. Nein, hier liegt auch noch was. Hör auf, lass es jetzt. Dann hab' ich das eine Teil nicht mehr, ist auch kein Ding. Das war' ich. Sieht vielleicht so aus, als du euch gestorben. Danke. Äh, ich hab' alles nur gekriegt hier. Du hast dein eigenes... So, jetzt hab' ich das hier wieder. Auch wenn ich mal noch nicht weiß, für was wir das nutzen können. Das ist der Meinungsverstärker. Ich mach' das mal. Oh! Ich glaube, ich war's invincible. Die Explosion fliegt mir natürlich mein eigenes Fass entgegen. Hey, guck mal, da liegt mein Kopf. Wo? Hinter dir. Dreh dich um, schnell. Da. Der legt'n Kopf von dir, okay. Da ist mein Kopf gerade rum. Hier, wo ich gerade stehe. Da war das. Die Zombies blockieren das Teil. Hast du sie? Das Ding darf ich nicht mal anrufen. Hier, friss'n Kleiderschrank. Du hast mir gerade Schaden gemacht. Ich hab' nur noch einen Anzug. Kamehameha-Fass! Lauf doch nicht gegen mein Fass, aber... Der rennt dir mein Fass, mein Fass geht hoch. Warte mal, übrigens, ich hab' deine ganzen Sachen hier kurz schnell wegwerfen, bevor du sie aufsammeln kannst, ne? So, hier, dein Revolver. Werd' ich alles wegwerfen, jetzt, ne? Sag mal, sag mal, jetzt müssen wir hier lang, wo's brennt. Warte, ich benutze mal meinen Meinungsverstärker. Warte mal ganz kurz, wir haben noch dazu... Was ist... wer ist das da die ganze Zeit, der Laber zwischendurch? Oh, so'n Opa. Kann ich bitte die Dinger mal auslösen? Du solltest immer Headshots geben, sonst... Boah, Alter, ich werd' hier gegen Headcraft. Ich werd' immer noch gehackt, Herr Fildner mal. Oh, zwölf Leben! Na, herzlichen! Die Medikids, ne? Alle meine. So. Äh, nicht anschießen. Ich bin jetzt mein Arschloch. Brenn! Siehst du, das ist auch so? Also, ich vertrete deine Meinung nicht. Ich mein, ich meine nur, ich lebe nur, ich hab nur noch ne'ne Lebensanzeige von zwölf. Also, ich vertrete, ich, äh, ich muss sagen, ich hab' deine Meinung voll vertreten. Hm, du hast wenig Leben und ich hab' hier ne Gasflasche. Guck mal her. Ich glaub, ich will, nein. Ich will das Gas hier ausmachen. Wow, hier sind Leute. Das war mir abzusehen. Das war abzusehen. Das war so abzusehen. Was? Dass ich verrecke. Die verbrennen ja schon wieder alle!